Mein Name ist Lea Wolske, ich bin 26 Jahre alt und bin im Vertrieb Außendienst bei der DRL Freight tätig. Mein Auto ist natürlich mein Arbeitsplatz. Die größte Herausforderung an meinem Job ist sich individuell auf die verschiedenen Menschen und entsprechend halt an Kunden einzustellen. Tatsächlich muss man irgendwo auch eine Einzelkämpferin sein in diesem Beruf. Aber ich telefoniere sehr viel, man hat unheimlich viel Austausch auch mit den Kollegen per Telefon und wir haben auch immer einen festen Tag, wo wir in der Woche auch in der Niederlassung zusammenkommen. Die Kollegen sind super, gerade mein Team, da bin ich sehr zufrieden mit. Ich bin glücklich, wenn meine Kunden glücklich sind. Ciao. Ciao. Komm schon. Ciao. Ciao. inä